Hallo meine lieben Freunde und willkommen zur Folge 30 Let's Play Minecraft und wir haben jetzt in der letzten Folge unser Grundstück weitergebaut und was weiß ich und was ist ein Scheiß und wir gehen erstmal hier rein und ich habe mir überlegt für diese Folge also beziehungsweise ab dieser Folge wird es was Neues geben und zwar werden wir uns mit euch über Themen unterhalten in jeder Folge das heißt eine Folge wird nie langweilig sein, es wird immer Unterhaltung sein und ihr könnt mir natürlich eure Themen, ihr könnt mir natürlich fragen, was ich über mich ja, nein, ihr könnt mich natürlich fragen, mit was ich mich mit euch unterhalten soll also über was ich mich mit euch unterhalten soll, sprich Politik, sprich dieses Thema, dieses Thema und dieses Thema, wisst ihr, alles was euch auf dem Herzen liegt, alles was ihr schon mal wissen wolltet alles was ihr wissen wollt, wozu ich stehe, beziehungsweise wo ihr meine Meinung hören wollt ich habe heute aber ein Thema mir einfach ausgepickt und zwar das Thema ganz einfach Rassismus und Propaganda in den Medien das ist eigentlich für mich ein sehr heikles Thema und ich finde dieses Thema sollte auch besprochen werden denn ganz einfach, warum sollte sowas besprochen werden? ah, da habe ich ein bisschen später gehört ich habe mal Glück so, naja, ganz ehrlich, dieses Thema sollte besprochen werden weil viele Jugendliche, beziehungsweise viele, äh, Leute, die Fernsehen gucken denken, dass alles was im Fernsehen kommt, stimmt das stimmt nicht so warum stimmt das nicht so? weil die Fernsehen, also zum Beispiel, ihr müsst euch das mal so vorstellen zum Beispiel, wir haben das Fernsehen XY und XY, äh, ist gekauft worden von einem ich sag mal ganz jetzt, ohne irgendeinen zu attackieren nicht irgendeinen zu kritisieren oder kriminalisieren ich sag einfach mal, einfach so einen Namen beziehungsweise einfach die Herkunft, äh, Amerika so, ne, die ist sowieso, gibt es zu viele und, äh, wir nehmen mal einfach Amerika so, warum nehme ich Amerika? ich werde es euch jetzt sagen so, das Fernsehkanal XY ist das beste Kanal in Deutschland beziehungsweise am meisten geschauten Kanal und, äh, am meisten wird da geguckt die Tagesschau oder sowas weil, wisst ihr? wo die halt die neuen Nachrichten kommen so, alles klar gut, so viel dazu wenn jetzt ich der Besitzer von XY Kanal bin und ich Amerikaner bin dann will ich doch sicherlich nicht das was Schlechtes über mein Land berichtet wird so, was tue ich? ich habe eine Medienkraft beziehungsweise ich kann Leute von über 80 Millionen Menschen wie in Deutschland jetzt ansprechen und, sagen wir mal davon gucken, ähm ich sag mal jetzt davon gucken 50 oder 40 Millionen immer die Nachrichten, wisst ihr? oder komm, das war ein bisschen zu viel aber, sagen wir mal einfach 40 bis 50 Millionen, ja? und, äh, die wollen natürlich Nachrichten hören sie bekommen mit, dass irgendwas, äh, zum Beispiel irgendein Krieg ist oder in Amerika dies und das geschehen ist und der Staat so viel und das macht und das nicht gut macht das wollen sie natürlich wissen was mache ich dann als ZDF-Redakteur? nicht, ich meine natürlich XYZ-Kanal-Redakteur das wird jetzt so scheiße jetzt habe ich aber einen angegriffen ey, war ich scheiß drauf äh, ja, was mache ich als XYZ-Redakteur? ich berichte nur Gutes über mein Land obwohl das gar nicht so stimmt ich werde nur Gutes über mein Land berichten und so die 40 Millionen okay, wenn die ganzen 40 nicht dran glauben aber mehr wenig mindestens schon, äh, 3,14 von der Bevölkerung wird das glauben warum? weil sie wissen, die kennen keine andere Quelle und ich überlege gerade das Haus könnten wir eigentlich viel größer machen was sagt ihr? wir gehen uns erstmal ja, wir könnten wir eigentlich größer machen aber indem wir hier eins wegnehmen aber das ist irgendwie auch nicht so eine gute Fläche was meint ihr? ach komm, ich mache jetzt einfach so ein kleines Häuschen und dann machen wir das auch noch ein bisschen größer aber ich scheiß drauf wir haben, wie gesagt, jetzt ein Propaganda das nennt man Propaganda im neuesten, also in der neuesten Zeit das ist Propaganda für mich warum ist das Propaganda für mich? weil man erzählt nicht den Leuten die Wahrheit zum Beispiel momentan ist das so mit Israel und Palästina ich will jetzt gar nicht groß reinreden jeder hat seine Sicht ich, äh, würde mal sagen es ist so ein politisches Thema also es hat, es ist eine Jahrzehnte Geschichte, was daran ist also sie haben sich ja im Gegensatz sozusagen nie gemocht wisst ihr, die Palästinenser und die Israelis sie haben sich nie gemocht, wisst ihr? nur was ich nicht gut finde ist, dass äh, Israel deutlich, deutlich stärker ist in Sachen Waffen und sowas deutlich mehr Armee hat und deutlich bessere Armee hat und Palästina fast gar, ich glaube gar keine Armee hat und dass, äh, sie angegriffen werden das finde ich auf jeden Fall schrecklich also, man könnte als Israel wenn Israel sagt, dass sie einen demokratischen Staat haben und, äh, dass sie alles mit Demokratie reinführen wollen und bla 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 dann sollte man das auch tun liebe, äh, Israelis und einfach nicht bombardieren wisst ihr, das bringt gar nichts warum bringt das gar nichts? ganz einfach man kann keinen Frieden schließen indem man irgendein Land bombardiert das ist Fakt das ist nie passiert wo hat man gesehen, dass, äh wo hat man gesehen, dass Frieden geschlossen wurde indem man die ganze Zeit Länder bombardiert hat also ich hab sowas noch nie in meinem Leben gesehen wahrscheinlich ihr auch nicht was ist passiert? Adolf Hitler hat dasselbe gemacht und was ist jetzt passiert? so viele Menschen sind ums Leben gekommen also das klappt nicht, meine lieben Freunde man sollte nicht bombardieren ich bin völlig übertrieben dagegen weil bombardieren, es bringt einfach nichts glaubt mir, meine Freunde es bringt nichts bombardieren ist, äh oder einfach mit Waffen vorangehen man sollte lieber sich am Tisch setzen und dann die Probleme lösen und dann, wisst ihr, das ist wirklich traurig warum ist das traurig? ganz einfach jetzt fragen sich welche warum findet der das traurig? es ist ganz einfach Menschen, zum Beispiel Kinder in Israel die denken die Palästinenser wären alles, äh Schuldige und wären alles schlecht das Gegenteil die Palästinenser denken dass die Israelis schlecht werden das ist einfach so eine das ist ein Vorurteil wisst ihr was ich meine? um Vorurteile ich hasse Vorurteile denn, äh Vorurteile sollten nicht geschehen Vorurteile sind somit das Schlimmste was es gibt weil man also zum Beispiel für mich persönlich ist es egal ob ich jetzt mit einem Juden abhänge oder ob mit einem Christen wisst ihr von mir aus kann der äh was weiß ich was sein Hauptsache der ist als Mensch sehr nett und so müsstet ihr auch vorgehen und dieses ganze ähm Politik Ding mit äh Herkunftsstreit und Leute ihr müsst euch mal wir leben nicht mehr im Jahrhundert was weiß ich was wir leben in einer Zeit wo wo wir friedlich miteinander leben können das das ist Fakt ne das kann keiner bestreiten von euch und äh ich muss mal voll vieles hier ablegen warte mich sehe ich schon Kaktus und sowas warte mal Leute hier vielleicht ist hier Eisen ne Eisen war unten ne stimmt ich muss voll vieles ablegen wie ich gerade sehe und ja wie gesagt Leute das bringt gar nichts über die Herkunft sich hinzustreiten wenn zum Beispiel einer der Jude ist ich muss äh ich bin zum Beispiel aus der Türkei und die Türken sie mögen jetzt nicht die ganzen Juden wisst ihr und äh das ist auch okay so ne wenn die die nicht mögen dann mögen sie halt die Juden nicht aber was ich ich weiß nicht das kann ich muss jetzt auch mal was sagen dazu ich kann das eigentlich auch nicht nachvollziehen weil wie kann man einen Juden nicht mögen indem man den nicht kennt also ist wisst ihr wenn ich jetzt Muslim bin oder wenn ich jetzt Muslim bin heißt das doch nicht dass ich direkt Terrorist bin wenn ich Christ bin heißt das doch nicht direkt dass ich Nazi bin und wenn ich Jude bin heißt das doch nicht direkt dass ich israelische Demokratie unterstütze es heißt einfach nichts versteht ihr Freunde und das ist dieses Ding was mich richtig aufregt bei den Herkunft die diese Vorurteile haben und diese Vorurteile glaubt mir Leute das bringt ganz und gar nichts das ist wirklich völliger Schwachsinn ich meine Vorurteile okay du kannst den nicht mögen ne du magst den einfach nicht aber dann bist du auch in meinen Augen kein Mensch weil ein Mensch ein richtiger Mensch der Herz hat ein Mensch der Mensch der weiß dass äh man jedem Menschen eine Chance geben sollte beziehungsweise man keinen Menschen einfach so verurteilen sollte einfach nicht wegen der Herkunft verurteilen sollte und einfach nicht mal sagen sollte zum Beispiel oh ich mag den nicht weil er Jude ist und äh Juden sind immer schlecht die haben das und dies gemacht hör mal da hab ich nur eins zu sagen die Juden die das oder die Israelis das ist eine Herkunft und Jude sein ist eine Religion klar die Herkunft und Religion haben was miteinander zu tun ich weiß das aber du kannst doch jetzt nicht einen Juden der in Amerika lebt oder hier in Deutschland lebt den Juden vergleichen der in äh Israel ist oder mit den Juden vergleichen der äh Israel Präsident zum Beispiel der Israel Präsident Ministerpräsident der ist auch Jude und was tut das zur Sache gar nichts heißt das jetzt die Religion ist dabei schuld nein also Leute ich würde euch dringend raten nie Vorurteile zu haben weil Vorurteile sind somit das Schlimmste was es gibt auf dieser Welt und äh Vorurteile sind gar nicht mein Fall also wenn ihr zum Beispiel wenn ihr schon mal in eurer Vergangenheit oder was weiß ich was irgendeinen wegen wegen seiner Herkunft und wegen was weiß ich ihr verurteilt habt und habt gesagt äh das ist äh du bist scheiße weil du bist äh Jude weißt du wenn ihr sowas sagt dann habt ihr ein No-Go bei mir ganz ehrlich weil sowas sollte man nicht tun liebe Freunde man sollte jeden respektieren so wie er ist ich hab Kollegen die sind Christen ich hab italienischen Kollegen ich hab deutschen Kollegen ich hab türkische Kollegen ich hab äh voll viele Kollegen und wir leben einfach alle wir sind alles Menschen das hat gar nichts damit zu tun dass ich den und den nicht cool finde oder dass ich den und den hasse nein liebe Freunde hört auf mit diesen Vorurteilen warum weil das bringt nichts das ist einfach nur wisst ihr das wollen die Bösen was heißt die Bösen die Politiker die da sitzen und jedes Volk mit einmischen möchten beziehungsweise jedes Volk hetzen möchten das möchten sie sie möchten uns hetzen und wenn ihr wenn ihr die Chance dazu gebt und wenn ihr auch noch da reinfällt und wenn ihr sagt ja XY hat so und so gesagt zum Beispiel ich bin ja ein Türke hab ich ja schon oft genug gesagt und ich seh das manchmal bei uns ist ein heißes Thema immer Politik 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 bei uns Türken geht es nur um Politik Politik ihr könnt jeden Türken fragen ihr wird euch das bestätigen es geht nur um Politik so Leute ich vergleiche das mal mit euch ganz einfach wenn an also in der Türkei ist das so ich vergleiche das euch mal mit dem deutschen Beispiel ihr würdet direkt denken was ist das denn für ein Schwachsinn so ich bin ich wähle die CSU so ich wähle die CSU und ich finde die Partei einfach gut ich finde Merkel gut CDU meine ich CSU CDU sowieso das gleiche aber ich mag Merkel ich mag ihre Politik ok und wenn jetzt ein anderer die SPD wählt mein Kollege dann wird der von mir verurteilt bei den Türken ist das so es tut mir leid jeder Türke kann das bestätigen wenn mir jetzt ein Türke sagt nein das stimmt nicht so dass der lügt weil wenn ich jetzt nicht für Erdogan bin das heißt dann automatisch dass ich ungläubig wäre dass ich nichts Gutes will für die Türkei dass ich Verräter wäre zum Beispiel dass ich ein Verräter wäre so viele Sachen Leute das sind das sind Sachen so dann denkt ihr euch nur what the fuck was passiert hier das sind so Sachen das ist immer also beziehungsweise so ist das bei uns in den Ländern beziehungsweise in der Türkei jetzt denken sich die Türken ah der präsentiert uns schlecht nein Hand aufs Herz ihr müsst das einfach zugeben es ist einfach so weil es gibt es geht einfach nicht anders es geht einfach nicht anders wenn man weil das ist die erste Frage bei den Türken ist immer woher kommst du habt ihr schon mal hier in Deutschland erlebt dass einer direkt gefragt hat woher kommst du nein das tut man hier nicht warum tut man das hier nicht ganz einfach aus diesem Grund es ist scheißegal woher man kommt hier gibt es tausende tausende Nationen okay tausende nicht okay paar hunderte Nationen gibt es hier in Deutschland und jeder lebt miteinander friedlich wie wir sehen unsere Politik läuft gut und ich würde nicht gerne in der Türkei wohnen da ich weiß nicht ich bin zwar Türke und ich liebe mein Land über alles und ich liebe es einfach und ich sage auch dass ich Türke bin aber ich könnte da nicht leben Hand aufs Herz auf die Leute die hier geboren sind die die türkische Abstammung haben ihr könnt hier auch nicht leben Leute es geht einfach nicht es ist einfach ganz anders als drüben also hier ist es ganz anders als drüben und deswegen kann mir keiner sagen ich kann in der Türkei leben wisst ihr ihr könnt da kann man nicht beurteilen weil man macht ja nicht immer da Urlaub versteht ihr man ist ja nicht immer am See am Meer und man ist ja nicht immer in was weiß ich 5 Sternen Hotels wisst ihr um da zu leben zu können da ist es schwieriger auf jeden Fall wir haben es hier in Deutschland ganz einfach ich meine wir müssen uns zu schätzen wissen was haben wir denn hier guck mal wie das uns alles hier Deutschland ermöglicht zum Beispiel in der Türkei war vor kurzem YouTube Sperre und Twitter Sperre sowas wenn es sowas in Deutschland geben würde würde Deutschland untergehen die würden sowas auch nicht tun warum würden die sowas nicht tun ganz einfach aus diesem Grunde warum sollen die es tun die ganze Bevölkerung ist zufrieden und es gibt Quatsch es gibt keine Scheißpolitik mit äh ja äh die belauscht aha Skeletts reingekommen das hat mir einer mal in den Kommentar geschrieben dass ich keine Skelette fuck 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 dass ich keine Druckplatte vor dem Haus tun sollte da ist sehr viel Skelette mit zieht und äh was ist das denn Eichenholz Eichenholz kommen uns auch noch ein paar also ich finde wie gesagt ihr wisst jetzt wie ich dazu stehe und ich hoffe ihr steht auch dazu so weil es bringt wirklich nichts liebe Freunde wisst ihr Politik ist eine Nebensache Politik ist einfach für mich ich bin unpolitisch äh unpolitisch und ich würde niemals einen Freund von mir äh politisch verurteilen oder beziehungsweise den überhaupt verurteilen und sagen hör mal du bist so und so ich mag dich nicht ich wäre der Letzte der sowas tun würde Schnauze halten also ich bin der Letzte der sowas tut weil äh das macht man einfach nicht liebe Freunde ich tue mal jetzt die braune Wolle kurz hier hin weil ich brauche Fleisch dringend ist irgendwie alles unorganisatorisch aber was soll ich machen jetzt werden wir noch in der nächsten Folge organisieren und ja wie gesagt ich finde Freunde ihr solltet Politik ist immer eine Nebensache Herkunft ist auch immer eine Nebensache was wichtig ist nur dass man ein guter Mensch ist und dass man äh Menschenleben schätzt also ihr müsst einen finden der das auch schätzt dass ihr ihn gut behandelt wisst ihr es gibt Leute die schätzen sowas einfach nicht die sagen einfach scheiß drauf und äh ja ciao wisst ihr es gibt von jeder Art von jeder Sorte gibt es Menschen also von jeder Art ich kann mir nicht sagen wir Türken oder wir Deutschen oder wir Engländer wir sind die Besten weil weil es gibt immer einen Schieben es gibt immer welche die äh welche die sich daneben benehmen es gibt immer welche die nicht so sind wie sie äh ausschauen sollen und äh wie ich gesagt habe es gibt nicht immer diese Bevölkerung also das heißt nicht wenn ich jetzt Engländer bin dass ich ein guter Mensch bin um Gottes willen das stimmt einfach alles gar nicht es ist aber auch nicht so dass wenn ich in ähm wenn ich ein Türke bin dass ich sage alle Türken sind äh so und so Türken sind die Besten und ähm äh wir haben alles was wir haben wollen und was weiß ich wir sind die besten Menschen kein Türke ist faul und bla und bla das wäre einfach gelogen liebe Leute weil sowas stimmt nicht das stimmt einfach nicht und ich muss jetzt kurz äh Wolle machen Wolle machen Wolle 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 Blau Wolle jawoll ja das sieht schick aus 26 so ja das sieht ganz gut aus jetzt haben wir Blau Wolle und das können wir einfach als Baumaterial benutzen ja äh wie gesagt schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare wie ihr zu diesem Thema steht und äh ich finde es ist ein sehr heißes Thema beziehungsweise man sollte sich wirklich mit diesem Thema manchmal beschäftigen und äh man sollte dieses Thema nicht einfach so da lassen Dschungelholzbritter sehen auch eigentlich ganz cool aus aber vielleicht lasse ich diese Dschungelholzbritter einfach mal so und gönne mir jetzt mal ein Steak also jetzt nochmal meine Zuschauer ich bitte euch vom Herzen dass ihr wenn ihr einen Menschen trifft oder was weiß ich wen trifft den nicht wegen seiner Herkunft verurteilt das ist das Schlimmste was ihr machen könnt und äh ich meine kein Mensch kann was für seine Herkunft weil äh wenn ich jetzt aus was weiß ich wo komme und da wo da gibt es nur Krieg und äh die ganzen zum Beispiel die Deutschen ne was können jetzt die Deutschen die jetzt in dieser Zeit leben oder die Deutschen die danach gelebt haben was können die dafür dass es so Menschen wie Hitler gab es sie können gar nichts dafür sie können Hitler war auch nicht mal Deutscher das kann man nie verurteilen oder die Leute die sagen wenn automatisch ein Deutscher sagt ich mag den und den nicht ich mag dich nicht weil du so und so bist dann ist man nicht automatisch ein Nazi wisst ihr man sollte diese Vorurteile lassen Leute man sollte äh im Frieden leben wir sollten einfach so leben wie wir schon die ganze Zeit leben und uns keine Beispiele von irgendwelchen anderen Ländern nehmen wie Israel weil was Israel macht ist der allerletzte Dreck wie gesagt ich stehe gar nicht dazu und ich verstehe auch nicht warum Frau Merkel hinter Israel steht weil das ist immer so eine Sache die Medien stehen hinter Israel es wird alles so glaubt bitte nicht den Medien was in den Medien wenn ich wenigstens eine geringe Zuschauerzahl habe und die Zuschauerzahl beeinflussen kann dann sage ich zu euch lasst euch nicht beeinflussen von den Medien bitte das ist das Schlimmste was ihr machen könnt Medien Medien ist nichts Medien ist einfach gekaufte Kacke ich kann mir wenn ich reich kann ich mir auch irgendeinen scheiß irgendeinen scheiß Kanal machen oder Kanal besorgen im Fernsehen ausstrahlen lassen und könnte könnte dann das was ich will laufen lassen wisst ihr das wie ich es sehe also Medien no go Medien sind in meinen Augen no go also ihr solltet auch ich würde sagen einfach nein zu den Medien nein zu den Medien die nicht die Wahrheit sagen und vor allem wenn ich jetzt auch ich habe gerade einen Kanal genannt aus Versehen was mit Z anfängt ich würde euch raten diese Kanal ist wirklich gekauft weil was ich da manchmal schaue ich mir das an und was ich da höre das stimmt alles nicht weil was ich dann auf Facebook sehen kann auf Videos das stimmt einfach nicht es ist alles mit Gewalt und so wie die es sagen so ist es nicht also die sollten sich mal wirklich jetzt mal an der Nase packen und fragen warum die bringen wir so eine Scheiße und zum Glück haben wir so eine Social zum Glück haben wir die Social Medias und die sozialen Netzwerke und können damit uns nicht ganz von den Medien beeinflussen lassen können auch mal unsere Sachen posten und jeder weiß ja mittlerweile wegen den Social Medias und so weiter und so fort was in Israel beziehungsweise auf der ganzen Welt los ist also nie den Medien glauben es gibt fast keine Medien Medien Sache ist immer dies wo kriege ich am meisten Geld wo kriege ich am meisten dies so das ist Medien und Medien sind nicht hundertprozentig die Wahrheit man muss das erstmal wirklich oder macht euch einfach eigene Meinung dazu vielleicht sagt ihr auch es ist alles wahr was die Medien sagen wenn ihr so steht dann dann weiß ich auch nicht dann wünsche ich euch viel Spaß ne nein also wenn ihr so drauf steht oder wenn ihr sagt ja da so ist es richtig dann ist das halt für euch so richtig und macht euch einfach eure eigene Meinung ich sage mal ich baue hier mal diese ganze Erde hier weg oder schaufel das ganze mal weg und dann verabschiede ich mich denn dann war es das von dieser Folge von der Folge 30 und ja ich finde war ganz gut und schreibt mir bitte unten in die Kommentare wie ihr sowas findet mit den Themen ansprechen also schreibt das unten in die Kommentare damit ich ein Feedback davon bekomme damit ich das auch weiterführe und dieses Haus wird ganz schön gut lasst euch überraschen wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play Minecraft bei Let's Play Minecraft Vielen Dank.